Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls. Statt Olazul, Olaquil, Olazul. Ich weiß nicht wie es heißt, aber das ist unser nächster Gegner. Gegner Typen eher. Ich werde hier übrigens dieses Erkunden und sowas hier auslassen, denn hier gibt es nur einen Zauber für uns und der nennt sich Lichtschein. Und den benötigen wir vorerst nicht. Deswegen habt ihr Bam! Oh ihr Schweine! Oh, die hauen zu! Au! Ich werde doch jetzt wohl nicht sterben. Nein, geht weg. Ich will nicht. Heimkehr Knochen, nein. Menschlichkeit? Trinken! Au! Ja, Masse statt Klasse, wa? Ich habe ja gehofft, dass ich insgesamt hier einen Spieler, insgeheim einen Spieler herbeibeschwören kann, aber hier möchte scheinbar keiner. Finde ich ziemlich gemein von euch. Ehrlich, finde ich nicht sozial. Kein Schwein will mit mir spielen. Zuflucht zur Art. Nein. Oh. Oh. Uns will jemand invasieren. Das finde ich jetzt weniger geschickt. Oh, dieses ausgerichtete Kamerreißer. Nervig! Bin runtergefallen. Entschuldigung. Wieso hört denn da der Weg auf einmal auf? Was soll denn das? Mann! Ja, hier die Gefahr, menschlich zu werden, läuft man automatisch, die Gefahr ins PvP mit einbezogen zu werden. Hier zum Beispiel, rotes, roter Fenstergeist. Komm. Stereo Russian. In Russen, in Stereo. Hm. Mal schauen, wie das ist. Ich bin Ukrainer in Mono. Also ihr hört mich zumindest in Mono. Ja, ich nehme nur einseitig meine Stimme auf. Nur meine Schokoladenseite. Jetzt bin ich aber gespannt, was dieser Stereo Russian drauf hat. Er hat bestimmte Latenz von 2 Milliarden. Und deswegen treffe ich ihn nicht. Achtung vor dir, Wirka. Ja, da bin ich immer gespannt. Wie bist du gestorben? Freund, wo bist du? Nicht im blassesten Schimmer. Okay, Stereo Russian will sich nicht blicken lassen. Aber ich... Glaube, wir könnten eigentlich mal etwas Flinkes in die Hand nehmen. Ich finde, wir sind immer noch nicht Flink genug. Dann sieh mal einer an. Anrufen gescheitert. Okay. Gut, dann gebe ich es auf. Möchte sich echt keiner beschwören lassen. Das ist ja ätzend. Ja, umso öfter man stirbt, umso höher steigt ja die Wahrscheinlichkeit, dass man... Drei Schläge ist blöd. Drei Schläge ist blöd. Umso höher steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden rufen kann. Ah, ihr Schweine. Oh, du Sau. Stirb. Zwei Schläge sind okay. Zack. Die Wette gilt. Hier kommt irgendwann ein Aufzug als Abkürzung. Hoffentlich schaffen wir es soweit. Zack. Geht doch. Mit dem Hammer ist es nur ein Schlag, ich weiß, aber... Das geht schon. Das geht schon. Hier ist ein Zauberer. Boah. Ihr seht's mit... einer dunklen Kugel. Greift er uns an? Nein, töte mich nicht. Hier ist einer versteckt. Boah. Brauch nicht. Nein, daneben. Hier ist ein Ethan. Die Seele eines Ritters. Dankeschön. Nett. Ich hab das Gefühl, noch jemanden zu hören. Boah. Ich hab gedacht, ich fall jetzt runter. Okay. Ich hör auch jemanden. Das ist nicht nur Einbildung. Ja, du wirst sterben. Du wirst sterben, mein Freund. Und tot bist du. Wunderbar. Wie gesagt, hier gibt's eigentlich nur Zauber. Wirklich nur Zauber. Gibt sonst nichts. Und einen Katalysator, glaub ich. Äh, für... Magier? Magier. 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 Hier wird uns gleich jemand invasieren. Weil wir menschlich sind. Deswegen, glaub ich, nehm ich mal kurz die... dicke Waffe in die Hand. Okay. Ja. Da, 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 da. Da ist er. Böhm. Und noch einmal. Böhm. Juhu. Der böse, prächtiger... Der böse, geist, prächtiger Chest. Wurde bezwungen. Okay. Du hinterlässt nicht mal irgendwas. Das ist ja mies. Feige. Feige, feige, feige. Feige, feige, feige. Passt mal auf, Leute. Ne Mimik. Die können uns aber alle nicht das Wasser reichen. Wir sind so stark. Metzt. Ja, die sehr gut Masken, die lässt man fallen. Und dann, ähm, machen die so komische Stimmen. Zum Beispiel wie... Very good. So was in der Art. Oh, das war blöd. Das war blöd. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Bäh. Ja, weich aus. Ist okay. Habe ich nichts dagegen. Wenn du... Dich deiner selbst entledigst. Der Typ hier, da muss man jetzt gleich aufpassen. Boah. Sag ich ja. Dein Ernst? Die Sau hat uns eiskalt runtergeschoben. Sie haben erfolgreich das Spiel nicht beendet und sind vorzeitig gestorben. Wir gratulieren Ihnen für Noobhaftigkeit 5000. Schön. So muss es ja auch sein in Dark Souls. Ich möchte bitte menschlich sein. Ich gebe die Hoffnung nämlich nicht auf, dass ich Ihnen freundlichen Spieler begegne. Hallo, Herr freundlicher Spieler. Wo bist du? Ach komm schon, einer. Ein einziger. Wirklich nur ein kleiner Spieler. Guck, guck. Es möchte keiner. Gut, gut. Es möchte keiner. Dark Souls ist ausgelutscht. Vor allem für die... ...PC-Version. Ah. Warum hat das Leuchtfeuer nochmal aufgeflackert? Wollte uns jemand inversieren, wa? Ups. Daneben. So, mein Freund. Jetzt komm mal her. Darf mir jetzt jeder eine knallen, oder was? So, 2.000.000 Gegner später. Oh, das ist ein langer, steiniger Weg alleine. Ehrlich. Das sag ich nicht nur so. Oh, 1000 Schaden. Geil. Geil. 1000 Damage. Oh, der trifft mich auch trotzdem. Nein. Ich bin vergiftet auch noch. Das gibt's doch nicht. Hau ab. Wer jetzt ist das denn? Vergiftet. Oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Na. Jetzt bin ich böse. Gift ist kein schöner Effekt. Mm-mm. Hallo. Kommt ihr mal, bitte. Oh. Ohne zu hauen. Hauen zählt nicht. Komm weg hier. Booyah. Au. Au. Mann. So, darf ich jetzt mal bitte an meine Menschlichkeit ran? Wäre überaus nett. Oh, du blöde Sau. Du bist tot. Juhu, wir sind weitergekommen und ich habe meine Seelen erhalten. Hallelulia. Haha. Buoyah. So muss es sein. Die Sau hat mich voll vergiftet. Ich weiß zum Glück, wo die Gegner hier stecken. Da oben. Oh, Abfall. Wie lieb und reizend. Oh, der hat was fallen lassen. Ich glaube, sein Helm. Große Scherbe. Das ist natürlich auch gut. Oh, Leute. Jetzt kommt ein sehr ekliger Teil des ganzen Spiels. Ist hier nicht in der Mimik gewesen? Japp. Uri ist aber groß. Oh ja. Ich treffe den nicht. Haha. Es war gelogen. Ich treffe dich schon. Hey, nicht weglaufen. Oh, du Sau. Muss ich mich halt um dich kümmern. Ja, nicht daneben schießen. Ätzend ist giftig. Krippier hier noch. Nicht wackeln. Könnt ja noch daneben schießen. Meine guten Pfeile. Wenn ich ein bisschen näher rangehe. 25 Schaden. Hey, gerade waren es noch 25. Ist doch Betrug. Oh, das Gift hat aufgehört. Ich bin begeistert. Oh, komm. Wir lassen die Mimik Mimik sein. Und knallen lieber die da runter. So, und? Jawohl. Kommt ihr? Oh, oh. Ich war schneller. Wieder schneller. Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt. Denn da oben zum Beispiel ist ein Magier. Ja. Zauberer sind böse. Zumindest in Dark Souls. Wie unsichtbare Wand. Knall oder was? Kann ja nicht wahr sein. Nein. Da ist echt eine unsichtbare Mauer. Kümmer ich mich mal erstmal um. Na. Wirst du wohl. Treffen. Komm. Geh doch. Jetzt noch den da unten. Super. Jetzt kommen sie angedackelt. Die beiden. Oh, hier sind echt viele Gegner. Und wenn man da einfach alles überstürzen würde, wäre man sehr schnell erledigt. Ja, den erwische ich da unten nicht. Aber die beiden. Zack. Und zack. Oh. Große Scherbe. Dankeschön. Danke. Lieb von dir. Reizend. 35.000 Seelen. So, kommt mal her, bitte. Wird ziemlich nett. Ziemlich fesch. Dann kann ich nämlich mal. Hayugit. 1121. Leck mich fett. Ja, ja. Hast du dir so gedacht. So muss es sein. Exakt so. Kein bisschen anders. Und der Zauberer da oben muss auch schnell das Zeitliche segnen. Wieso wisch ich den nicht? Ist ja gemein. Okay. Jawohl. Item. Nein, er hat mich gesehen. Snipen. Hey, nicht bewegen. Jawohl. Ganz genau so. So krieg ich dich. Stückchen für Stückchen. Stückchen. Für Stückchen. Und noch ein letzter Schuss. Und du bist... Nein. Nein, nicht bewegen. Hör auf. Ja. Moin. Ja. Komm. Ah. Der wollte mich verarschen. Das habt ihr gesehen, ne? So, pass auf Hoffnung. Seele hält. Dankeschön. Liebes Spiel. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Kann ich da rüberjumpen? Ich glaube nicht. Nein. Ich probiere es nicht. Aus Sicherheitsgründen. Lehnt das Unternehmen diesen Sprung ab. So, wo kann ich denn... Wo kann ich denn hin? Zur Hölle. Okay, da hinten ist ein Item. Das nehme ich mit. Definitiv. Finsterer Nebel. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. That's the way I like... Aha. Okay. Wunderbar, dann wäre das hier auch geklärt. Und dann sage ich erstmal danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part zu Dark Souls. Macht's gut, Leute. Tschüssi. Tschüssi.